Halli, hallo liebe Zuschauer! Takis! Takis! Aber nicht wie das mal, sondern... Vulcano! Vulcano Takis! Mit Peperoni und Käse! Damit fehlt nur Käse Käse Es gibt noch tausend andere Sorten Echt jetzt? Ja, so Drachen und so Ja und so Wie heißt das? Alien oder keine Ahnung Zombie, aber was sehr interessant ist Tatsächlich, ich möchte gerne nächstes mal Käse probieren Aber das ist Käse und Paperoni Bestimmt wird brutal Weil hier auch steht, dass es Also es gibt vier Stufen Ja Ich kann ja mal erzählen, Blurid ist ganz oben Hier das ist das zweitoberste Ja Und Guacamole ist das niedrigste Und es geht nicht um welche Schärfe oder 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 Es geht um welche schmeckt am besten Und auf diesem Grund Wir probieren erstmal den Und auf jeden Fall Wir werden ein Video machen Wo wir alle vergleichen Also nicht alle Sondern die Sorten die wir noch haben Und dann sagen wir Am besten schmeckt Ja So jetzt mach dann Leg mal los Oh Oh Riecht mal riecht mal riecht Es riecht ein bisschen scharf Aber Aber Wir machen keinen Teller wo wir das raus Ja Mach ich Mach ich Mach ich Mach ich Mach ich Mach ich Bitteschön Immer so vorsichtig Oh 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 Ich probiere Ich will jetzt essen Verall dich Ich rieche Oh Ich bin vorbereitet Soll ich hier die mitmachen? Wow Hast du schon will? Wow Sehr lecker Sehr lecker Ich muss sagen Bei Takis Es gibt immer diese Nach sauerliche Geschmack So wie Wie Essig Immer Immer Sehr lecker Hmmm Gar nicht scharf, oder? Hör uns weich nicht von Ja Aber Ne Also von gestern war schärfer, oder? Obwohl da steht, dass es Nicht so scharf ist Sehr lecker Sehr lecker Takis Vulkanus Wow Wauw Huh? Oder? Wauw 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 Wuh, 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 wuh.